KUTAN Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. KUTAN Immobilien. Um die Situation der Schülerinnen und Schüler an den Schulen des Rhein-Pfalz-Kreises im neuen Schuljahr aufgrund der andauernden Corona-Pandemie zu verbessern, wurden insgesamt 262 mobile Luftreiniger durch die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises erworben. Die Anschaffung der Luftfilter ergänzt die Regelung der regelmäßigen Lüftung durch Öffnen der Fenster. Dank ihrer einzelnen getesteten H14-HEPA-Filter sind die Geräte in der Lage, mehr als 99,995% der Viren, Bakterien und anderer Mikroorganismen aus der Luft abzuscheiden. Inzwischen wurden die bestellten Geräte an die Kreisschulen ausgeliefert. Am Dienstag, den 5. Oktober 2021, hat Landrat Clemens Körner und der zuständige Kreisbeigeordnete Manfred Kreff mit Vertretern der Firma Mann & Hummel die Geräte in der Realschule Plus in Limburger Hof vorgestellt. Musik 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 Musik